Servus und hallo zur Wochenwettershow für die Tiroler Zugspitz Arena. In der letzten Zeit ließ der Sommer ein wenig zu wünschen übrig. Wir hatten es mit der klassischen Schafskälte zu tun und zeitweise waren da auch ganz schön dicke Wolken unterwegs, wie diese Bilder zeigen, aufgenommen von unserer Livecam am Zugspitz Golfplatz. Diese Woche sieht deutlich besser aus, nur der Dienstag will noch nicht so richtig mitspielen. Da starten wir erst einmal mit Regenwetter in den Tag und es gibt nur 14 bis 16 Grad. Auf der Zugspitze ist es winterlich mit Schnee und leichten Dauerfrost. Doch im Laufe des Nachmittags wird schon etwas freundlicher. Der Regen lässt nach und es zeigt sich ab und zu die Sonne. Richtig freundlich und sonnig wird es am Mittwoch und am Donnerstag. Zeitweise scheint die Sonne dann sogar bei wolkenlosem Himmel und es gibt bis zu 21 Grad, wobei der Donnerstag ein Tick sonniger und auch ein Tick wärmer ist als der Mittwoch. Es gibt also endlich mal wieder Badewetter. Am besten springen wir aber gleich am Mittwoch in das kühle Nass und das hat einen besonderen Grund. An jedem Mittwoch im Juni gibt es nämlich gratis Badespaß im Bärenbad in Bärwang. Der Eintritt ist frei. Hier, mitten im Waldschwimmbad, mitten in der Natur, kommen sowohl große als auch kleine Wasserratten voll auf ihre Kosten. Es gibt ein Kinderbecken, ein riesiges Edelstahlbecken und eine noch viel, viel größere Liegewiese. Auch am Freitag gibt es noch mal recht schönes Wetter. Es sind zwar wieder ein bisschen mehr Wolken unterwegs als am Donnerstag, aber das Schauerrisiko bleibt sehr gering und es bleibt auch weiterhin warm mit Höchstwerten zwischen 20 und 22 Grad. Auf der Zugspitze gibt es 4 Grad plus. Im Winter war freitags auf der Sunalm immer Tourenabend. Jetzt im Sommer gibt es den Wanderer- und Bikerabend. Das heißt, freitags ist die Sunalm länger offen. Es wird bis um 20 Uhr gekocht und es gibt jede Woche ein anderes Sportleressen zum Sonderpreis. Zu Fuß braucht man rund ein bis eineinhalb Stunden dorthin, zum Beispiel über den Barbarasteig. Mit dem Bike dauert es auf dem Fahrweg ungefähr auch rund eineinhalb Stunden. Vom Fahrrad geht es nun zu ganz besonderen Fahrzeugen, zu Oldtimern. Die werden nämlich am Freitag, den 26. Juni durch die Region rollen. Die Alba Classic Rally fährt durch die Tiroler Zugspitz-Arena. Dabei machen die Teilnehmer einen Mittagsstopp in Leermoos. Um circa 11.20 Uhr wird das erste Fahrzeug am Hotel Moor Life Resort erwartet. Um circa 13 Uhr geht es dann vom Kirchplatz aus weiter. Es geht noch eine Runde durch das Moos, dann weiter über Eherwald, Bichelbach und Bärwang und dann verabschieden sich die einzigartigen Fahrzeuge wieder ins Lechtal. Am Samstag verabschiedet sich kurz die Sonne. Es gibt zeitweise Regen und die Temperaturen gehen im Schnitt ein Grad zurück. Doch schon am Sonntag meldet sich die Sonne zurück. Es wird freundlich bei bis zu 22 Grad. Ja und am Montag gibt dann der Sommer so richtig Gas. Die Temperaturen steigen bis auf 25 Grad und auf der Zugspitze bekommen wir knapp 10 Grad. Und mit einem leckeren Appetitanregenden Bild verabschiede ich mich von Ihnen. Ich hoffe, Sie haben nun richtig Appetit und Lust auf einen Urlaub, auf eine Auszeit in der Tiroler Zugspitz-Arena. Und damit sage ich Servus, bis bald.